Guten Morgen, heute ist Samstag, morgen haben wir schon den zweiten Advent, neunter. Ups. Ja, soll keiner sagen, unsere Glutdots kleben nicht, ne? Mal so festhalten hier. Au, wie schön, kleine Briefumschläge. Schau mal, das ist unser Merz-Winter-Katalog. Zum Moment, mini kleine Briefumschläge. Sehr niedlich. Mika. Können gleich anfangen zu basteln. So, was machst du heute? Ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Tag bei allem, was du tust. Bis morgen.